Hallo, ein Brief von Schwester ist gekommen. Hallo, Papa und Mama. Hallo, Ebenbild von Edibe. Wie geht es euch von Schwester? Diese Kid-Magic. Seit ich am 29. Juni 2020 von Istanbul aufgebrochen bin, habe ich mich bisher auf elf Inseln umgeschaut. So langsam vermisse ich meine ganzen alten Lieblingsessen ein wenig. Momentan bin ich auf Island. Die Leute hier sind sehr freundlich zu mir. Die Be- Oder hier waren so nett zu mir, dass mein Dankbarkeits-Label auf sieben gestiegen ist. Darf ich vorstellen, dass auf dem Foto ist, G-G. Wir haben uns angefreundet. Ich muss bald wieder aufbrechen, aber ich werde an euch denken. Schön mal wieder etwas von Schwester zu hören. Weiterhin gute Reise. G-G. 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 Vielen Dank.